Prinz William, in dieser aufregenden Situation er Charlotte Mutsu. Prinz William, 38, versucht seinen Kindern spielerisch und ohne viel Druck ihre königliche Rolle näher zu bringen. Häufig zeigt er sich mit ihnen sehr beschützend, er hat besonders in der Öffentlichkeit immer ein Auge auf Prinz George. 9. Prinzessin Charlotte, 7, und Prinz Louis, 4. Ein Video aus 2021 zeigt den Vater mit George und Charlotte bei dem Startschuss zum Halbmarathon von Sandringsham. Die damals 5-Jährige ist sichtlich schüchtern, doch ihr Vater weiß sie zu bestärken und ihr Mut zu machen. Verwendete Quelle, HelloMagazine.com